Am nächsten Regentag wird geatmet. Heute ist ziemliches Unwetter. Ich glaube, das macht nicht mehr, jetzt nicht mehr zu angeln. Ob man dann schon gerben könnte? Oder in Ohnmacht fallen könnte, weil man vom Blitz getroffen wurde? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es wirklich noch nicht. Oh je, ach, wir machen jetzt gleich eine ganz kurze Pause. Ganz kurz, natürlich nur. Ganz, ganz, ganz kurz. Ich habe gesagt, nur ganz kurz. Ja, ich habe auch eine Kleinigkeit vergessen. Gibst du. Ich habe... Ich war nicht nur ganz kurz kurz weg, sondern ich habe auch gegessen. So. Super. Gießen. Das erste konnte ich schon mal ernten. Das ist immer super. Bisher ist noch nichts an Ernte verloren gegangen, zum Glück. Ich habe noch nichts kaputt gemacht. Was habe ich irgendwie drauf, was kaputt zu machen. Also, im letzten Stream habe ich vor lauter Labern, ähm, Pflanzen kaputt gemacht. Ja. Ja. Eben ein paar Pflanzen. Gut. Ist ja nicht so schlimm, ne? Ist ja nicht so schlimm, ne? Wenn nicht so, als wenn die Welt deshalb untergehen würde. Aber wenn man es ernten wollte, war das schon doof. So. Und dann hat man es kaputt gemacht. Das kurz vorm Reifwerden war. Kurz davor. Und ich mache es kaputt. Das war so typisch Mikro. Typisch Mikroaktion war das. So. Ist doch wieder leer. Ich würde so gern schneller laufen. Das ist nicht schon mit Geschwindigkeit vielleicht. Na. Pasch du auf. Ich glaube, ich kann jetzt dann auch wieder einige Sachen verkaufen. Weil ich ja fast schon was sage. so ziemlich alles reingetan habe. Zwei Sachen, die habe ich glaube ich schon gegossen. Vorsicht aber nochmal, wenn man es nicht immer sieht. Die ist kein Weg, das Fick. Das brauche ich. Jetzt gucken wir mal kurz. Ja. Keine mehr. Nichts. Auch gerade nichts. Nö. Und nö. 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 Warum brauche ich irgendwie gar nicht schauen. Ist versehentlich wieder weggemacht. Im Dunkeln yah. Nö. 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 Oh, ne. Wartenesk defenses Officer. Nö. Ich brauche das wahrscheinlich. nicht Weizen war es glaube ich. Den hebe ich auch auf, ne? Ja, das ist Weizen, den hebe ich erstmal noch auf. Du bist auch noch aufgehoben. Ich kann dich glaube ich auch noch gebrauchen. Du kannst verkauft werden. Stichfen. Verkaufen, verkaufen. Verkaufen. Ähm, drei Sachen verkauft jetzt. Mit den anderen gehe ich erst noch mal ganz kurz zum Museum. Warte, ihr könnt glaube ich auch hier gucken, was ich schon im Museum hab. Okay. So, was hab ich auch schon. Nein, da wird angezeigt, dass ich schon mal in den Händen hielt und nicht, was schon im Museum ist. So. Ich glaub zum Schmied brauche ich eigentlich noch nicht gehen. Und ich kann hier, ähm, hab ich jetzt Kupfer mitgenommen. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es nicht. Ach, ja. Erstmal kurz zum Schmied, zu Clint. Danach ins Museum. So. So. Ich will euch vorher kurz ins Museum. Ich will ihn ganz kurz vorher, dann haben wir mehr Platz in der Tasche. Da. Da. Ich glaub das, ähm. Und ich da unten. Wow. Eifel mehr Platz hab ich jetzt nicht. So ist es nun manchmal. Oh, das ist neu. Ja, grad wieder zum Museum. In der größeren Tasche wäre das einfacher. Pink. Wo können wir pink hin tun? Ich glaub ich, ich glaub ich tu... Hier hin. Gelb. Gelb. Tue ich hier hin. Wahrscheinlich wieder nur zwei öffnen. Ah ja, klar. War klar. Vielleicht grad wieder nach Hause. Vielleicht grad wieder nach Hause. Der langer Weg ist anstrengend, find ich. Dass man manchmal zu manchen Ort so extrem lange laufen muss. Sobald ich da mit fertig bin, angeld' ich. Sobald ich da, fertig bin, mit geangeld. deine Geht das ein bisschen schneller mit der Verarbeitung? Wo ist meine Angel? Ich geh hin Hier ist er Natürlich sei dann fertig, wenn ich gerade rausgelaufen bin Und zwar ist es immer wieder so Ah, du stehst das erwartungsvoll Hey, ich weiß, dass es dein Kalender ist I know So die kleine Andeutung von wegen Heute hat jemand Geburtstag Guck doch mal Wer Eis 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 Wow Zwei Hundertfünfzig Gold Drei Kugeln Eis Übertreibt's doch New And another new Not new Auch nicht neu Auch nicht neu Auch nicht neu Das sieht aus wie ein A Spreche ich jetzt nicht aus Hä Wahrscheinlich minimal versetzt Oh 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 Stehende Stehende Geode Und Sternfrau Ab Die Die Könnte ich sogar anpflanzen Aber ich hab Angst Wenn der kaputt geht Dann hab ich keine mehr Wie gesagt Danach Angele ich Hm 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 Ja Ich hab die ganze Zeit am falschen Platz geangelt gehabt Jetzt hab ich den Beweis Jetzt hab ich den Beweis Das Lachs hab ich auch schon einmal Das Lachs hab ich auch schon einmal Ähm Kann ich die Regenbogenforelle schon machen? Muss ich ganz kurz schauen, weil dann hab ich schon wieder Platz Zumindest für eins, aber dann müssen wir trotzdem zurück Das ist einfach zu klein, ich muss demnächst echt die größte Tasche kaufen Regenbogenforelle ist hier nicht tendenziell Ja Klar doch Ich verschenke gern Kohle Hm 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 Sit, sit, saß grad ein bisschen doof Sit, sit, saß grad ein bisschen doof Ich hab die Fische mal direkt Es war falsch Ich brauch Woh 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 st st man muss ja und dann noch den Teich das Teich ein kann es war das jetzt gerade für ein Fisch Ruf 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 Die Fische wollen nicht gefangen werden. Ruf Muss ihn wohl in Ruhe lassen. Ruf 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 Ruf